Einer der schlimmsten Sätze, wo Menschen zu mir sagen können, wenn ich ihnen weiterhelfen will, heißt, das muss ich jetzt erst mal sacken lassen. Die Menschen bekommen Lösungen. Das Leben gibt uns immer wieder eine Chance, aus Situationen herauszukommen, das Leben führt die Menschen zu mir. Ich habe 35 Jahre Erfahrung, ich kann in allen Lebensbereichen helfen und dann sagen mir die Menschen, danke für das Konzept, für die Idee, das muss ich jetzt erst mal sacken lassen. Und ich möchte heute mal anregen, mal zu prüfen, wie oft sind wir im Leben zögerlich unterwegs, machen einfach weiter in der alten Grauzone, lassen die Dinge ins Verfalldatum laufen, dass sie so überreif sind und schon übers Verfalldatum drüber sind und machen einfach nichts. Wir müssen lernen, also ganz klein wenig Konfetti, müssen wir uns schon selber ins Leben streuen und nicht die Dinge einfach nur aussitzen und sacken lassen. Alles Liebe und Gute für Sie, ganz herzlichst Ulrich Semle.